Liebes Kind, das zweite Malbuch ist nun zu Ende und an farbigen Buchstaben reich. Jedoch war das nicht dein letzter Streich, denn das nächste Malbuch, Teil 3, folgt zugleich. Wo ist es? Dieses Mal in Blau. Und ihr seht hier eh schon den I-Punkt übrigens. Der spielt ja in dem Buchstabenmeister-Lesebuch eine ganz entscheidende Rolle. Darum habe ich den auf jedes dieser Malbücher gedruckt, dass man sehen kann, die gehören auch zusammen. Außerdem ist der auch so eine richtig schöne Figur in diesem Lesebuch, der Buchstabenmeister. So, und da kommen wir mal zum dritten Teil Malbuch. Es heißt hier ABC Teil 3. Und natürlich steigert sich das Level und wieder foliert. Ihr seht es, ich mache das also auf und melde mich im nächsten Video. Und natürlich ist es, ich mache das auch auf und melde mich im nächsten Video. Und natürlich ist es, ich mache das auch auf und melde mich im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020